Zu einem weiteren gemütlichen Zusammensein trafen wir uns wieder am 8. November im Valhalla-Stübe in Lustenau. Mein Valadies, mein Hohmann, doch hört man sie mal. Vielen Dank. Ich bin ein Geburtstagskind, weil ich gestern Geburtstag gehabt habe. Liebe Gerda, wie war es, dass du gestern 45 geworden bist? Wir sind in der Zeitung gestanden. Das ist eine extra Einschiebung. Liebe Gerda, wir wissen von dahinten hermannen. Nein, dahinten redet keiner, wir reden keiner mehr. Liebe Gerda, wir sind in der Gerda alle möglichen Lieden ganz gemütlich. Ein Baby, hörst du mich? Danke vielmals, deine edlen Spender. Bei Risiken und Nebenwirken lesen Sie Packungsbeilage, fragen Sie Ihren Arzt oder Apothek. Dankeschön. Dankeschön. Prost, Lone, sowohl langschauend werden. Gerda, vielen Dank. Gott sei Dank. Hoffentlich wirst du heute gern. Kürzl. 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 Aber nicht die Einheit, die es meint. Weiß was, nicht weiß was, nicht weiß was wir sehen. Ein Mann, der eure Kreide merken, merken wir sehen. Die Weißgau, die Weißgau, die Kreide merken. Genauso wie ich bin wie du mir.